Der Turm auf der Flasche. Gefragt, gefragt. In Nürnberg und die TV-Stationen aus Japan klopfen schon an. Der Juwel auf der Flasche. Vielen Dank. Komplimente. Auf der Boden. Auf der Boden. Nichts auf der Flasche. Auf der Boden. Kaya! Komm her! Ohne Flasche und mit Flasche. Also er kann es ohne Grenzen scheinbar. Mal schauen, ob er es in der Luft auch kann. Und wenn ihr am Boden kennt, wenn ihr links und rechts am Boden kennt, dann kann man das hier auf der Flasche lernen. Das ist zu schwer. Das ist zu schwer. Ja, dann verletzen Sie sich. Ja, dann verletzen Sie sich. Bye. Schönen Dank. Schönen Dank. Ich wünsche euch Gesundheit für die ganze Familie. Na dann weiterhin viel Gesundheit. Schönen Dank. Schönen Dank. Schönen Dank. Schönen Dank.